Musik Krypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen, Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Musik Vielen Dank. Gieß nicht dich zu tarnen, Krypto. Du bist nicht gerade, ähm, unauffällig, okay? Jetzt, wo die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrecht zu erhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Falsches Jahrzehnt. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, die wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach ein. Huffman ist nicht mal der Rede wert. Warum hat Billy Ray nur Augen für Joe und interessiert sich nicht für mich? Wirklich seltsam. Eigentlich würde ich gerne dirigieren. Also Tiere dirigieren. Von einem Feld zum anderen. Ja, das könnte mir gefallen. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockfell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Also das meinen sie mit im Heurum tollen. Schien mir jetzt nichts besonderes zu sein. Es sollten sich mal ein heißer Landstreicher hierher verirren. Mein Herz erobern und mich mit schönen Erinnerungen zurücklassen. Ach, reiß dich zusammen, Martha. Diese Außerirdischen pumpe ich mit Blei voll, wenn sie meinem Schaf Dolly zu nahe kommen. Ja, ja, ja. Der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla 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 bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Zeit mit der sexy Miss Rockfell zu verbringen. Ja, ja. Die Eiweißkörper aus dem urzeitlichen Schlamm. Ein Muster bildet sich. Es kennen noch mehr Menschen, Crypto. Ich wäre so gern ein Cowgirl, aber wer könnte mein Cowboy sein? Sag mal, Tim, hast du einen Blick ins Miss Rockfell-Zelt geworfen? Ich will Miss Rockfell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier, Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Geht es mal hier so, oder seht ihr auch, dass der Bürgersteig schwänzt? Oh nein, das sehe wohl nur ich. Präsident Nixon war der größte Amerikaner, der je gelebt hat. Nicht wie dieser schmierige Präsident Hoffmann. Ich bin Königin. Endlich. Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Okay, Krypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und Vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht Vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus, nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere... Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Pflanze einen mickrigen, menschlichen Hirn einem Fehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Meine Güte. Onkel Stanley stand heute Morgen aber ganz schön neben der Spur. Vielleicht sollte ich Miles anrufen. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Denk an Baseball! Denk an Baseball! Oh, Rock Hudson! Nein, nein! Baseball! Denk an Baseball! Äh, was? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wo ist der Ausgang? Pass auf! Genieß das Fest! Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schneidersitz. Der ist eine Todesfalle. Die um vier Uhr in der Früh aufstehen, um ohne und niedere Abwarten zu verrichten. Mich um! Ach, verdammte Absätze! Halt! Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einem dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Ha! Zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden. Und runder. Und langes, welliges Haar wie liberal. Moment mal. Wo bin ich? Das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh-oh. Oh-oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott! Bitte nicht! Oh, bitte! Das kitzelt! Zeit für die Sonde! Oh, ja. Genau da. Nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar. Klappt immer! Beeilung, Schreptow! Die Polizisten sind unterwegs. Update dein Raubchef! Breite Chaos und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. ... nommisch. Oh, ja. Klappt! Extra-Terrestrische! D'o-oh! Das ist richtig so. Stell dir kein Klappt! Das ist richtig so. Oh, ja. Stell dir ein Klappt! Oh, ja. Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh! Liegender Fahre, so was sie... Ein Mutantenschwein! Ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann! Ein Mann, ein Mann, ein Mann, ein Mann! Das war's. Untertitelung. BR 2018 Krypto, diese Biederkäuer scheinen von den Menschen genetisch verändert worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Du musst diese seltsame mutierte Spezies untersuchen. Untertitelung. BR 2018 Gehirne! Gehirne? Gesundes Grünes leuchten? Diese Naren! Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt. Für ihnen vor Augen, wie nervisch ihre verrückte Wissenschaft doch ist. Kuh... äh... Gehirne! Was ist hier los? Es ist nicht der Richtige Tag und die Schuhe in der Schuhe aufzuhören. Gehirne! Das war's für heute. Onkel Milti in Frauenkleidern? Immer noch verdammt scharf, wenn man mich fragt. Gute Arbeit, Krypto! Space Invaders, rennt um euer Leben! Das Alpha-Männchen der Staat? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Strothalme und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erbsenhirnigen Mängel zu sprechen. Ich hätte doch zur Nationalgarde von Texas gehen sollen. Das wäre eine entspannte Dienstzeit. Abgesperrte Zone. Wie niedlich. Krypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Strothalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genügen. Okay? Ich verspüre plötzlich den Drang, Hosen zu tragen und meinen Namen zu Ellie Mae zu ändern. Ich frage mich, was meine Bessie davon hält, als Steak in einem Supermarkt zu landen. Mh, Steak? Was ist da? Ich liebe... Nein, Krypto! Jetzt wissen die Menschen, dass du unter ihnen bist. Zurück zum Mutterschef mit dir! Das Alpha-Männchen der Staat? Wo ist der denn auf einmal hergekommen? Ist doch egal. Du musst ihn aufhalten, bevor er deine Existenz der Öffentlichkeit preisgibt. Geh zu dieser Stadthalle und nimm die Stelle des Alpha-Männchens ein, um mit der erzenhirnigen Menge zu sprechen. Ein Abgesperrte Zone. Finiht dich. Krypto, die charmanten Sicherheitsleute dieser Stadthalle werden dich nicht ohne Affenanzug einlassen. Nutze die Holobob-Fähigkeit, um den Ansprüchen zu genießen. Okay. Krypto? Die Versammlung läuft bereits. Aber bevor wir uns um diese Mistgabel-Fanatik herrten kümmern, müssen wir erst das Alpha-Männchen finden. Ich muss einen Polizisten finden. Und dann einen Bauarbeiter und schließlich einen Indianer. Wir wären ein einmaliges Barbershop-Quartett. It's how-di-do-di-time, it's how-di-do-di-time. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich sag das echt gern. Das ist er, der Bürgermeister. Setze den Hypnoblast ein, um die Speichellecker um ihn herum auszuschalten. Muss weiter lächeln. Nur noch drei Blocks nach Hause und zum Frauengold. Wo ist der Polizeichef? Ich bin das Gesetz! Zu dienen und zu schützen. Zu dienen und zu schützen. Zu schienen und zu nützen. Zu minen und zu pfützen. Mist! Mehr fällt mir nicht ein. Zeit für die Bühne. Halt so ein Beinbuch. Bürgermeister Krypto. Sag den Menschen auch, es sei normal. Kein seltsames Zeug. Oder besser, nur das normale seltsame Zeug wie jeden Tag. Der Erfolg unserer Mission hängt davon ab. Aber jetzt... Jede einzelne von den verdammten Kühen. Und dann sah es so aus, als hätte es den armen Viechern so ein Gerät gesehen. Ja, den sei ich. Und nach all dem habe ich nicht mal Miss Rockville kennenlernen können. Die stolzierte einfach vorbei und trug sie richtig hoch, ihre... Geldfrüchte in Kreise gelegt wie riesige Traktorreifen. Da geht unser Erspartes hin, habe ich meinem Edgar gesagt. Keine neuen Schuhe für die Zwillinge. Unsere Darlene muss wohl noch ein Jahr mit diesem Überwiss rumlaufen und... Grüße, meine ebenfalls menschlichen Agrarökonomen. Hier geht nichts Besonderes vor sich. Alles ist normal. Macht mit eurem erbärmlichen menschlichen Alltag weiter. Vielen Dank. Da brat mir doch einer einen Storch. Herr Bürgermeister, ich wohne schon mein ganzes Leben in dieser Stadt. Und ich habe zweimal bei der letzten Wahl für Sie gestimmt. Also, da steht mir doch wohl eine Antwort zu. Wenn hier nichts Besonderes vor sich geht, warum leuchten dann all meine Kühe wie Glühwürmchen? Wie erklären Sie sich das, Milchgesicht? Was denken Sie, warum die leuchten? Die wurden tiefen sondiert. Das ist eine dreckige Lüge. Ich habe die Kühe nicht angefasst. Und schon gar nicht so. Das ist doch krank. Oh, und überhaupt hat Dr. Kinsey gesagt, das wäre ein ganz natürliches Verlangen. Also halten Sie sich mit Ihrem Bursch-Vasen-Moralvorstellung von meinem Schlafzimmer fern. Also, von meinem Stall. Wo waren wir? Sie wollen wissen, was hier in letzter Zeit vor sich geht? Ich sage Ihnen, was hier vor sich geht. Kommunismus! Ich weiß ja nicht, wie es mit Ihnen steht, aber ich werde das Land, für das unsere Vorväter gekämpft haben und gestorben sind, nicht unter dem Stiefel der roten Bedrohung zertrampel sehen. Nicht mit mir! Ja! 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 Da! Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr also das nächste Mal ein seltsames Licht am Nachthimmel seht, das sich mit lächerlicher Geschwindigkeit bewegt, sagt es euch vor, kein Kommunist wird mich mit ein paar Leuchtraketen von meiner Patriotenpflicht ablenken. Nein, Sir! Moment mal eine Sekunde. Wie um alles in der Welt erklärt das denn die Zerstörung beim Jahrmarkt? Nein, 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 nein. Moment mal eine Sekunde. Musik 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 nicht so schnell wie kann es sein dass in center modesta keiner so etwas gesehen hat santa modesta leidet unter den gleichen problemen wie wir allerdings haben wir den preisgekrönten lokaljournalismus der rockwell gazette den jungs entgeht nichts die sorgen dafür dass sogar ich ehrlich bleibe wie ihr also seht gibt es nichts worüber sich eure menschenhirne sorgen müssten der bürgermeister hat recht das war nur eine reihe von durchaus verdächtigen aber mit leichtigkeit logisch zu erklären den zufällen ja das stimmt applaus applaudiert mir die lutscher gute nacht und habt ein schönes morgen was für versager nichts als matsch in der birne die invasion wird ein kinderspiel crypto hast du gehört was dieser mensch während deiner rede gesagt hat habe ich wohl verpasst ich musste mich immer blau sonnen konzentrier dich es gibt in der nähe ein weiteres menschennest center modesta hat er es genannt du musst seinen standort ermitteln und dich dorthin begeben dort können wir noch mehr menschen unter unsere kontrolle bringen du 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 Komm nur näher. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiffe. Upgrades are us. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiff. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiff. Waffen, Fähigkeiten, Raumschiff. Jedes Mal, wenn ich in die Scheune gehe, stelle ich mir Jane Russell im Heu vor. Olé! Was gäbe ich jetzt für eine gute Pizza? Mal sehen, Maisbrot kann ich selber machen, die Kühe geben mir Fleisch und Käse, Tomaten hab ich im Garten. Okay, heut gibt's Spitzer. Hey, wir müssen mehr Proben für unsere Analysen sammeln. Ich habe die Landungszone markiert. Beeil dich. Die Rotation der Erde in Kombination mit der geschnürzen Atmosphäre macht es nahezu unmöglich, den Giganto in Führung und Alt beim Sport des Rolls lang anzupeilen. Halt mir einen Elvis auf die Birne. Es ist der Mob! Weil du das hart zum Sterben, du kleiner Mistkerl! Extraterrestrische! Ich komm dich voll mit! Ich kann den Orbitaltransporter nur für kurze Zeit auf einem festen Ort einstellen. Hör auf, Maulaffenfeil zu halten! Du willst dich mit mir anlegen? Du bist der, der meine kühlende Stimme hat, oder? Ach ja, gut. Jetzt hole deine Heer, dass ich jemanden vermöbeln habe. Oh, ist nicht schon wieder eine Invasion der Außerirdischen Stimme? Aus dem Weg! Lass mich trafen! Das hab ich nicht bestellt. Riesige Haare! Stopp! Halbgeschafft! Gute Arbeit, Krypto! Was tut? Mauer! Ich stehe in die Schuss bitte! Den scheißen Stimme! Deine Zeit ist zur Hälfte abgelaufen! Marciana! Ich ziehe mit einer Schotflinte auf die diese Flasche! Extra! Außerirdischer! Fast genug! Perfekt! Komm und es! Das hab ich nicht bestellt! Der kolossale Entfügung streift kurz davor, seine Zielerfassung zu verlieren. Auf die Armee! Ich erahne einige motivierende Datensätze! Kleine! Eine grüne! Ich kann... ... ... ... Das war's für heute. 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 Das ist mein Zuhause. Komm, was hältst du damit stehen lassen? Lass mich nur! Was? Lass mich nur! Weißt du, wie sie mich hier... Lass mich... Lass mich nur... 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 Was? Lass mich nur... Lass mich nur... Lass mich nur... Das war's. Das war's.